Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Ich brauche immer noch 4 Kills und das muss mit einem Schlachtschiff passieren. Ab Tier 5, also mal wieder die Lure. Die ganze Zeit hält die Königsberg jetzt still. Pass auf, wenn ich jetzt gleich kurz davor bin, gibt sie Gas. Das ist doch immer so. Ja. Hat sie nicht getan. Jetzt fährt sie los. Danke. So, mal Fallbekraft runter, weil ich will nicht nach vorne. Damit halbe Kraft kommst du nicht hin. Nur links steht. Meisenau fährt voll. Und mehr sind ja nicht da. Sag mal, wenn die jetzt zu 5 durch die Mitte fahren, gehe ich raus. Ja, das ist so, wie wir das gestern hatten, wo wir mit den 10 anderen abgeschlachtet wurden, weißt du? Weil die das gleiche gemacht haben, weil sie aus dem eigenen Cap-Kreis nicht rauskamen, um da nach rechts zu fahren. Oh, ich könnte weg der Erinnerung. Mann, Mann, Mann. Alles vorbei. Da kommen drei Reihen-Talks. 7.000 auf den Italiener. Also die letzten drei Tage, dann hatte ich keine einzige gute Runde mit der Fleischwurst. Nö, gestern war überhaupt nix. Wir stehen immer noch alle im Cap-Kreis, ne? Fährt auch keiner mal auf die rechte Seite, oder? Gekner, das ist lastig, wenn ich denke. Hä? Äh, meinem... Bestätigter Einschlag! Ein einziger Mundblatt getroffen, das war eine CETA. Ich habe noch keinen einzigen Kretter. Wir gehen so weit daneben, ich weiß gar nicht, warum ich ziele. Du hast gestern gesagt, du willst sowieso nicht mehr zielen, nur noch schätzen. Gut, dann schätze ich ab jetzt wieder. Torpedos voraus! Das war dann mal unsere Kneisenau. Oh, einer durch ein Abpraller auf die Nuallines. Ich habe 950 Punkte. Und die hocken immer noch alle auf einem Haufen. So ein Spackenhaufen. Oh, jetzt habe ich auch gefressen. Feuer-Alarm! Ist ja kein Wunder. Wieso wird ein einziger Zimmer zu haben? Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. So, da hatten wir einen Kill. Torpedos direkt voraus! Guck mal, die Nuallines, die habe ich hier... Ja, ja, ich sehe es schon. Der fährt rückwärts, ne? Ich habe jetzt 4 Treppe auf dem Nuallines und habe 4.000 Punkte. Hier kommt Torpedos in meine Richtung. Ich habe es, äh... Und die Idee ist vor mir. Ja, super. Ich brenne wieder zweimal. Die Idee ist ungesichtbar. Und ich fresse... Geht's immer ein. Boah! Was so ein Bruch, ich brenne. Höllenbruch! Wasser trinkt schnell ein! Das war's jetzt für mich. Ich kann nichts mehr machen. Alle Stationen brauche Feuerunterstützung. Aber den hast du hier noch so holt. Ja, ja. Dann hast du jetzt 2? 2, dann brauche ich gleich noch 2. Ja, süß. 35.000 ist lächerlich. Aber wenn das Team da nicht mitspielt... 4.712. Ach, ich gehe mal rein. Mal gucken, wie man alles melden kann. Eine Pensacola. Fangen wir mal mit der an. Ich habe einen Abpraller auf die Breitzeitfahrende Miyoko. Spielt schlecht. Dann haben wir eine Königsberg und eine Atlanta. Welche Königsberg ist das? Das ist die Empire Spain. Kannst beide melden. Spielt schlecht. Atlanta melden. Spielt schlecht. Spielt schlecht. Die Rosa Königsberg können wir auch melden. Ich werde jetzt Orbs fressen. Atlanta. So, was haben wir denn noch? Eine Gnevni. Also ein Zerstörer, der zwar... äh... der hinten fährt. Melden. Spielt schlecht. Was haben wir sonst noch? Eine Miyoko, die da hinten fährt und abhaut. Melden. Spielt schlecht. So, langsam habe ich keine mehr, ne? Ach, die New Orleans habe ich vergessen. Oh, ich kann nicht mehr melden. Schade. Alles in einem Spiel, ey. Alle Stationen brauche Feuerunterstützung. Ja, endlich mal ein guter Treffer. Wie viele Punkte hast du? 35. Das habe ich noch nicht. Brauche ich noch ein bisschen. Super. Drei Mumpeln, alle gehen vorbei. Hier ist immer noch der Kack-DD. Alle Stationen brauche Feuerunterstützung. Unser Kack-DD spielt hier an sich rum. Ah, Julius César, mal gib mir den Rest. Ah. Ja. Unser Kongo hat es wenigstens versucht, ne? Wo ist denn die Kongo? Die ist weg. Die ist alleine rechts rüber gefahren. Ja. Das lenkt doch nicht ein. Der zögert dann unvermeidbare nur raus. Vorne links ist Nebel bei dir. Auf 11 Uhr. Ja. Ah, da rechts. Jetzt ist rechts auf ein Uhr. Halb sieben. Viertel von neun. Genau. Hör auf dich zu drehen. Drei Viertel sieben. Ach, jetzt wird es schwer. So, wenn dir jetzt aber Angst da an. So, jetzt mal gucken wegen dem Nebel da vorne. Ich hab die Fleischwurst da vorne nicht gesehen. Da ist er ja. Die Fubuki. Okay. 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 schön dass unsere genäht wie immer noch hier und fiel mir gerade mal so spontan ein die königsberg ist ja alles am april grasen am clown die atlanta ist drauf zugefahren die hat sich da jetzt aufgeopfert und der ist am abstauben sieht man ja gleich wieder an den punkten nach der vorderse die colorado schon für dich in reichweite und da kommt jetzt noch eine bad johnny die sind schön weich die platzen schnell kommt nur fleisch aus durch die mitte nein fünf treffer 4000 punkte und ein geschützt war zu weit hinten jetzt dreht sie ab hat die schnauze voll die bad johnny die lasst mich alle im stich kann helfen mir ich habe auf die bad johnny geschossen nicht auf die colorado die colorado hat schaden gekriegt aber nicht von mir ich habe auf 14 kilometer auf die bad johnny gezielt und meine mumpel sind links und rechts in der colorado runtergekommen und jetzt kommt die fleischwurst noch durch die mitte ja und die königsberg hat wahrscheinlich nichts gegen zu setzen also hier ist aber auch mal schön geplatzt jetzt zwei zittert aber wenn jetzt die kurachter kommt ja noch einer hinterher hinter der fleischwurst das gegnerische team hat die führung übernommen warst du noch am aufnehmen ich glaube ich bin noch am aufnehmen aber ganz ruhig schimpfen das gibt ja sowieso nichts wächst er sich da wundt ihr mit in der kniff nie oder der macht ja nix und dort verlieren wir jetzt auch dass eine füge die platzen auch schön geschützt vom haus genommen kriegst du auch mit drei kommen siehst du hätte ich den dritten ton gebraucht ja im vierten ja genau habe ich schon jetzt wird dann die zange genommen das war jetzt für den jetzt das war es für und tschüss und der fehlende tor 950 jetzt brenne ich auch zweimal waren doch die von der fiji das war seine letzte amtshandlung ja da dürftest du ja ganz oben stehen und ich habe es dann noch auf platz zwei geschafft die drei drei jahre nach einer gefühlten viertelstunde die schon tot war auch dank der ausdrucksweise vom ultra killer wir lassen das mal sollen wir mal gesehen haben die scheiße und dann ist gut guck dir das mal an von sieben kills haben wir 25 und der mit der kniff nie 1 2 3 4 5 da bestimmt nur so viel gefahren ist wahrscheinlich guck dir mal die combo an unsere combo der alleine nach rechts gefahren ist und 1 2 3 4 5 6 7 da noch hier gneisenau letzter ja mal sieben auch wie er das geschafft hat echt hammer naja gut ich sag mal wieder dankeschön fürs zusehen und bleibt uns treu wir sehen uns in der nächsten runde bis dann tschüss